Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro und ab dem 01.05.2023 gilt es im kompletten öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland. Das Ticket erscheint als Abonnement und ist monatlich kündbar. Dafür wird der ÖPNV mitsamt seiner Tarife für den Kunden wesentlich flexibler, attraktiver, einfacher und auch günstiger. Man hat damit immer das richtige Ticket direkt parat, egal in welcher Stadt man sich bewegt.